Zweifel hatte ich original nie. Ich habe natürlich Angst gehabt und mir auch meine Gedanken gemacht, aber ich sage mal so, meine Angst war nie größer als eigentlich der Wunsch und der Wille, irgendwie einem Menschen das Leben retten zu können. Hi, ich bin Clara und das ist meine Story. Ich bin 23 Jahre alt, ich komme ursprünglich aus Südhessen, wohne jetzt aber seit knapp zwei Jahren in Berlin und studiere hier die Fächer Germanistische Linguistik und Europäische Ethnologie an der Humboldt-Uni. Am liebsten verbringe ich meine Freizeit mit meinen Freunden oder mit meiner Schwester, die jetzt frisch hergezogen ist und ich bin jetzt seit neuestem wieder meinem ältesten Hobby nachgegangen und spiele wieder Tennis. Das ist einfach ein superschöner Sport, den man irgendwie nicht alleine macht und es ist mehr so ein Spielsport, als dass man sich irgendwie draußen zum Joggen quälen muss. Ich glaube, ich wusste schon immer von der DKMS. Meine Eltern waren beide registriert eigentlich, seit ich mich erinnern kann und von daher bin ich wieder im Bewusstsein irgendwo, kann man sagen, aufgewachsen und dann später eben durch natürlich auch Werbung, die man immer gelesen hat, ist das natürlich mehr ins Bewusstsein gerutscht. Registriert habe ich mich 2016. Es war so, dass wir während des Unterrichts praktisch in die Aula, war das glaube ich, damals gehen konnten und dann hat man sich da angestellt und wenn man drankam, hat man sein Pack bekommen und eben die Wattestäbchen und hat das dann zusammen mit seinen Schülern, die das irgendwie dann organisiert haben, gemacht. Ich habe nicht von Anfang an damit gerechnet, dass ich vor allem auch dann letzten Endes so schnell eine Antwort bekomme, aber natürlich lässt man sich ja auch registrieren in der Hoffnung, dass man irgendwie helfen kann. Ich glaube, es war irgendwie so ein bisschen Euphorie einfach, weil man einfach niemals damit gerechnet hat, dass es so schnell passiert. Es war glaube ich ein halbes Jahr, nachdem ich mich registriert habe und ich weiß noch, dass mein Papa nur neben mir stand und auch total mithören wollte und es auch gar nicht glauben konnte, dass es dann soweit ist. Dann habe ich erst mal dieses Blutentnahmeset zugeschickt bekommen, bin damit zu meinem Hausarzt gegangen, wo mir Blut abgenommen wurde und das Ganze nochmal überprüft wurde, ob ich wirklich so gut zu meinem Patienten passe. Also ich wusste nicht von Anfang an, dass es zwei Entnahmeverianten gibt und dadurch, dass ich früher regelmäßig ohnmächtig wurde bei Blutentnahmen oder Spritzen, war das irgendwie so eine ganz verrückte Situation, weil ich dachte, die Knochenmarkfunktion wäre die bessere Variante für mich und ich wusste aber nicht, dass man sich das eigentlich nicht aussuchen kann und hatte dann aber letzten Endes irgendwo das Glück, dass es bei mir möglich war, weil es ja eben eigentlich abhängig ist davon, wie es dem Patienten geht und was er braucht. Und dann konnte ich doch die Knochenmarkfunktion machen und habe mich dann eben auch dafür entschieden. Meine wichtigste Bezugsperson in meinem Leben ist meine Schwester Anne. Die haben schon super viel zusammen durchgemacht, aber auch total viel Tolles erlebt und waren immer füreinander da und es gab es immer im Doppelpack. Sie unterstützt mich immer und ist immer eine Schulter, an die ich mich anlehnen kann und wie ich immer zählen kann. Also Anne war immer so mit an meiner Seite und war eben auch den Abend vor der OP dann super für mich da, wo ich halt irgendwie Angst hatte oder aufgeregt war. Und sie war immer total stolz und hat das auch immer überall jedem erzählt, dass ich das mache und fand das total cool. Den Tag meiner Spende habe ich als total schönen und emotionalen Tag in Erinnerung. Es war ein super schöner Moment, aus der Narkose aufzuwachen und dann habe ich mir als erstes mein Handy geben lassen und habe bei der DKMS angerufen, um zu fragen, wer den ich gespendet habe und habe dann eben erfahren, dass es für einen kleinen, jungen Kanada war. Und das hat mich schon super gefreut und es war super emotional. Ich stelle mir vor, dass er jetzt ein ganz glücklicher, gesunder, kleiner Junge ist, wieder der Spaß am Leben hat und einfach wie er das tun kann, was er mag. Mein Leben hat sich nach der Spende in dem Sinne verändert, dass ich jetzt zu einem Menschen irgendwie eine Beziehung aufgebaut habe, die ich eigentlich gar nicht kenne und nie gesehen habe. Und das ist auch ganz schwierig zu erklären, weil man irgendwie so eine emotionale Nähe hat, weil man weiß, irgendwo sitzt mein genetischer Zwilling und ich hoffe, dass ich ihm einfach mit meiner Spende das Leben retten konnte. Und ja, das ist schon irgendwie verrückt, mit einem Menschen eine Beziehung zu haben, die man eigentlich gar nicht kennt. Ich glaube, als erstes finde ich halt immer wichtig zu wissen, dass die Angst gar nicht so berechtigt ist, weil wirklich alle sich so gut an einem kümmern und das eben eigentlich so wirklich so ein kleiner Aufwand ist für so eine wichtige und gute Tat. Und ich denke halt immer, wenn das jetzt irgendwie der Nächste von einem selbst wäre, der das bräuchte, würde man doch auch direkt spenden. Und warum sollte man das nicht für jeden anderen Menschen auf der Welt auch machen? Jetzt habt ihr meine Geschichte gesehen. Wollt ihr noch weitere Storys sehen? Dann klickt ihr hier. Wollt ihr aber selbst was Gutes tun und Spender werden? Dann klickt ihr hier.